Das Design attraktiv und außergewöhnlich. Dieses Auto entwickelt auf dem RWTH Aachen Campus ist bald auch auf der Straße zu sehen. Ein deutsches Auto mit Zukunft, denn es wird elektrisch angetrieben. Erstaunlich, dieser Prototyp wurde in nur zwölf Monaten von einem nun 50-köpfigen Team entwickelt und gebaut. Dabei war es wichtig, ein besonders kostengünstiges Fahrzeug für die industrielle Fertigung hervorzubringen. Wir haben Industrie 4.0 verproben wollen und als Versuchsobjekt das Elektroauto genommen. Wir wollten auf der Produktions- und auf der Entwicklungsprozessseite abbilden, wie Industrie 4.0 gehen kann. Eine große Herausforderung zunächst für die Designer des Teams um Stefan Frei. Unsere spezielle große Herausforderung bestand darin, eben weil wir neuer Player auf dem Markt sind, ein Design zu finden, was zunächst mal unverwechselbar ist, was praktisch die Essenz von Ego widerspiegelt und als Ego erkannt wird. Und deswegen haben wir uns für eine relativ markante Formsprache entschieden. Markant und solide. Nach ersten Entwürfen wurde das Design in einer Virtual Reality Umgebung überprüft. Wichtig war vor allem ein stabiles und verkehrssicheres Auto zu entwickeln. Die Öffentlichkeit wird so ein kleines Auto immer skeptisch sehen, was die Sicherheit angeht. Da gibt es ja auch schon Tests und so weiter. Das heißt, wir müssen das Auto übersicher machen. Und das ist gelungen. Dabei wurde zum Beispiel die crashsichere Tür des Ego entworfen. Sobald das 3D-Modell im Computer fertig gerechnet war, wurde die Tür in der Demonstrationsfabrik gebaut und mit den anderen Teilen des Chassis zusammengeschweißt. Dabei muss das Rad aber nicht immer neu erfunden werden. Wir greifen natürlich auf bestehende Bauteile, die unsere Partner im Produktportfolio haben, zurück und versuchen natürlich hier bis zu 80 Prozent der Teile, die wir übers Beschaffungsvolumen beziehen, eben aus dem Regal nehmen zu können, um so unsere eigene Entwicklung möglichst gering zu halten. Herausgekommen ist dann dieses kompakte Stadtauto hier als Rolling Chassis, ein 2 plus 2 Sitzer. Ob die erprobten Einzelbauteile auch im Verbund harmonieren, haben wir auf unserer Teststrecke überprüft. Durch erste Fahrtests ohne volle Karosserie bekommt man frühzeitig Erkenntnisse für die weiteren Entwicklungsschritte. Alexander Weiß, Testfahrer und Ingenieur, ist begeistert vom Ergebnis. Das Haar-Erlebnis war wunderbar. Wir haben kaum übersteuern, kaum untersteuern. Das Fahrzeug verhält sich sehr gutmütig. Es macht Spaß zu fahren. Und man kann nur staunen, wie schnell dieses Auto gebaut wurde. Wir haben es geschafft, innerhalb von drei Wochen dieses Rolling Chassis aufzubauen in unserer eigenen Werkstatt mit unseren Konstrukteuren, die dann auch wirklich am Fahrzeug mitgebaut haben. Der Ego Live beschleunigt in nur vier Sekunden auf 50 kmh und schneller darf man in der Stadt ja sowieso nicht fahren. Diese Kleinwagenklasse ist auf bis zu 90 kmh ausgelegt und schon ab 12.500 Euro zu kaufen. Und die Top-Version des Ego schafft es sogar 120 Kilometer weit. Ego, das bislang günstigste Elektroauto aus Deutschland. Sie werden es schon bald auf den Straßen in Aachen und Umgebung sehen.